World Cup 2010 Brasil vs. Chile 28.06.2010 Senk Kenci Senk Kenci Brasil hat in der Vorrunde gegen Nordkorea und die Elfenbeinküste einen Sieg eingefahren, gegen Portugal ein Unentschieden. Das Spiel gegen Portugal war völlig unwichtig und man hat sich dort auch überhaupt nicht angestrengt. Chile hingegen konnte gegen Honduras und gegen die Schwerdlöcke gewinnen und hat eine Niederlage gegen Spanien eingefahren. In diesem Spiel ist Brasil deshalb auch stärker einzuschätzen und es dürfte zu einem Sieg von Brasil kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017